Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Max! Max! Hast du nicht gemerkt, dass er weg ist? Willst du dich mehr um deine Kinder als um deinen Bruder kümmern? Max! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Papa Was denn? Ich hab dein Handy gefunden Was? Wo denn? Super Danke dir Wollen wir wirklich heute nach raus? Ja Was ist, wenn's auch zurückkommen? Ich bin nicht da Der wird sich schon zu helfen wissen Ich glaube, ich muss hier bleiben Ich glaube, Max a raison Oh, Kunze Ich hab eine Agentur bescheid gesagt dass ich heute Abend zurückkommen Du n'as qu'à changer ton plan de nouveau Oh, ich weiß, wirklich Ich bin nicht der Ich bin der Ich bin der ono War doch eine gute Idee herzukommen? Hey, Luca. Es gibt jemanden, sie sind in der Schlüssel. Hey, es gibt jemanden? Vielleicht jemanden will uns Angst haben. Hier? Das würde mich erinnern. Wenn Papa sich nicht versteckt hätte, hätten ihn die Einbrecher auch verbrügelt. Was? Warum hast du es mir nicht gesagt? Lüge mich bitte nicht an, ja? Ihr seid die Lügner! Was ist hier los? Was ist das? Willst du mir jetzt sagen, ich habe mir das nur eingebildet? Max? Max, das ist jetzt nicht mehr lustig! Was ist das nimmst? Was ist das nimmst? Was ist das nimmst? Mal sehen Sie! Ja, wir sehen uns das nimmst. Das nimmst. Vielen Dank.